Titel, ne? Drachen-Drachen-Liebe! Nein, nein! Wuuuuh! Wuuuuh! Und, ja... Und nie, noch nie habe ich dieses Schöne, diesen Hut aussetzen können! Ja, schnell, schnell! Boah, das ist so klein! Wuuuh! Wuuuh! Also, wer das noch nicht gedacht hat, das ist Judith spielt den Drachen! Ja! Ich bin mal gespannt, wie du das täglich hinkriegst! Ja, weil, äh... Okay! Als Drache muss man sich ständig mittelfern rumschlagen! Oh, ja! Und mit Mops, die einen mit Äxten und mit Gabeln jagen! Mit Pfeilen und zum Stein katapult! Du hast auch deinen die letzte Geduld! Und dann tun alle auch noch erstaunt, ist man mal übel gelaunt! Und so ne Rüstung macht noch weitere Probleme! Oh, ja! Denn Metall und gehärtetes Leder sind echt schlecht für die Zähne! Oh, ja! Drum bereitet das Entkernen mir Qual! Ihr bist schon aus der Rüstung raus! Hab ich oft keine andere Wahl! Und sind dritter Bock her schnabulieren! Erstmal gründlich flambieren! Oh, oh! Drache sein ist manchmal gar nicht so einfach! Drache sein ist manchmal echt schwer! Jeden Tag erst fein Nummer eins sein! Rüstungen knacken und Feuerschwein! Ich mach's mal wirklich schwer! Glaubt es mir! Ja! 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 Und dann wollte er auch noch kämpfen! Wollte auch noch kämpfen, während ich dachte, grillen oder dämpfen. Und ganz im Stress, welchen Hohn für so ne halbe Portion. Doch mit meiner Leichterung durfte ich erkennen. Einen ernsthaften Gegner konnte man den wirklich rechnen. Noch dazu verging mir bei dem Gestank, wenn schnell der Appetit fließt. Und ich begnügte mich mit einem Happen, seinem Knappchen. Drache sein ist manchmal gar nicht so einfach zu tun. Drache sein ist manchmal echt schwer. Jeden Tag herrscht ein Nummer eins sein. Und das bei Dosenfutter und Knapperein. Knapperein. Bei all den Kanten und Ecken kein Zuckerflecken. Außerdem muss ich euch noch eines offenbaren. Jungfrau sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist für Kost und Logik zu bedanken. Konnt ihr Huldes nur zetern und zanken. Denn ich suche in dem Turm, welchen Graus fällt ja niemand lang auf. Als der König beschloss, seine Göhre zu mir abzuschieben. Hör! War ihre erste Frage, die zweite, keiner kann so wenig fliegen. Und weil ich als pummelig, ähm, adaptischer Drache mich bejahen konnte, ich sagte sie fürchterlich, wie verächtlich. Was will ich dann mit dir, du unfurchbares Tier? Unnützes? Oh, ich kann das nicht lesen, das ist schon mal weg. Unnützes ist die Jahre. Ich bin so unnütze, oh, geil. Weiter. Oh, Drache seines Manns war gar nicht so einfach. Vorfröhr seines Manns war echt schwer. Jeden Tag erst fein Nummer eins sein. Und für verzogene Göhren der Wachdrache seines auf Dauer wirklich hat, hätte ich mir bloß als Spaß. Sie sagte, haben die Götter bloß gegen dich. Der Wachbeid ist groß, Drache, das war ja schon echt kümmerlich. Das wäre ihr spottlich genug. Oh, rettet die Ritter, schmeckt nicht gut. Der Salmübel noch schwingst es mal gegen den Wind. Ja, ihr könnt gerne weiter versuchen, mich zu überzeugen. Und mit diesen Worten flog ich, äh, okay, lieb ich. es ist ganz weit vor. Oh, Drache sein ist manchmal gar nicht so einfach. Drache sein ist manchmal echt schwer. Jeden Tag erst mein Nummer 1 sein Ritter Schatten und Meierschwein Ist auch dauerlich zu vertragen, der Platz der Tragen Denn Drache sein wäre doch wirklich so einfach Drache sein wäre doch wirklich nicht schwer Könnte ich nur einmal einfach nicht selbst sein Ohne Vorurteile und Sticheleien Das wäre mein Traum Na ja, mal schau